. 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 We just drove two nights without sleeping and two days to come here from Switzerland to this beautiful country. I was here in 2012 for the European football championship doing illumination in four different cities. So I know just a little bit of the Ukraine. ! . . . . . . Die Frage kam von mir aus der Regierung, was für dieses Land in diesen dunklen Zeiten möglich ist. Ich kam mit der Idee, mit meinem Team zu kommen und nicht zu Weihnachten zu Hause zu spenden. Mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Wir haben hier entschieden, mit Licht zu kommen, in diesen dunklen Zeiten zu kommen. Ich weiß, dass viele Menschen, Soldaten, die nicht zu Hause sind. Und mit diesen Projekten, werden sie von deinem Land zu Weihnachten gebaut, von dem Ministerium von Art. Ich möchte, dass die Menschen in die Kultur, in der Spirit, in ihrer Leben, in der Nation, in der Freundschaft und in der Partnerschaft für die Zukunft auf diesem Planeten. Wir haben oft vergessen, dass wir nur eine Planete leben müssen. Es macht nicht Sinn, dass wir Stress haben. Von meinem Herz, mit meinem Team, wünsche ich Ihnen einen perfekten Weihnachten, ein sehr gesundes Jahr. Wir sind hier und einfach den Abend mit deinen schönen Momenten, mit deinen schönen Monumenten, die in dieser Stadt, und diese unglaubliche Geschichte. Vielen Dank. Los geht's! Engin! Hier geht's! Hier geht's! Hier geht's! Hier geht's! Hier geht's! Hier gehen wir auf! Hier geht's! Hier geht's! Hier geht's! Hier geht's! Hier geht's! Ja, 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 oh, oh! And, you know, Gary Hofstetter is well known, he has done incredible projects all over the world, but in very always safe situation. Now he has decided he has to give something to Ukraine, because Ukraine inspires the world with its dignity, its resistance, its strength and its smartness. And it was his initiative. And when we heard about it, we said as embassy, of course, we will support you. And Ministry of Culture immediately also was amazed about the idea. Gary said Ukraine has given us so much strength in how they resist the aggressor. He wanted to give something back. And because the aggressor, the Russian aggressor wants Kyiv to be in darkness, Gary and the Ministry of Culture has said now in this Christmas time we will also show them the aggressor that there is light in Kyiv and on the main monument to Kyiv and in the heart of each Ukrainian. So, you know, I think a lot of people are very clear. So, you know, we're just going to be careful. So, we know this is a big part of the future. And the next step, you know, the right thing that we've been here is to be able to do this and we'll see you in the next step. And that's the right thing that we're doing here. So, it's about the right thing that we've been here. Musik 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 This tour in Kiev, in Ukraine will be a light sign for the whole world to have light at Christmas in these dark days, in these cold days and at least to bring some hope and hot and warm to the hearts of the people. Dear people from Kiev, my name is Kerry Hofstetter. I need 30 people to help to pull this up now. Please help! It's your show! It's your show! The generator has to go up there! Music 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 Okay, ready? Yeah! Ready? Ready? Yeah! One, two, three! One, two, three! One, two, three! One, two, three! Wir haben einen Schlotter. Ja. Schönen wir mal. Schönen wir mal. Auf der Sitz ist es okay.